Mike Heiter und Laura Morante gehen von nun an getrennte Wege. Zwei Jahre sind die TV-Bekanntheiten ein Paar und zelebrieren ihre Liebe öffentlich. Nun ist alles aus, wie Mike im Netz bekannt gibt. Laura und ich haben uns nach zwei Jahren dazu entschlossen, getrennte Wege zu gehen. Es sind Sachen passiert, die ich nicht akzeptieren kann. Wir sind nicht im Streit auseinandergegangen, aber es ist für uns die beste Entscheidung. Die Trennung kommt überraschend. Immerhin sind die beiden gerade erst im Urlaub und teilen innige Bilder davon. Das gibt natürlich Anlass zu Spekulationen, dass Mike und Laura ihre Trennung nur faken, etwa um bei Prominent getrennt teilzunehmen. Das bestreitet die Ex-Are-You-The-One-Kandidatin vehement. Leute, bitte nervt mich nicht mit Prominent getrennt, weil da sind wir auf jeden Fall nicht dabei. Das ist auf jeden Fall hier kein Fake, das ist real. Sie hätten zwar einen schönen Urlaub, doch der Alltag hole einen eben schnell ein. Wegen der unterschiedlichen Vorstellungen gehe ihr Weg einfach nicht weiter. Böses Blut fließe aber nicht. Ich wünsche Mike nur das Beste und würde auch niemals schlecht über ihn reden. Deswegen erwartet auch bitte keinen Rosenkrieg, da wir erwachsene Menschen sind. Und das hier ist keine Trash-Show. Das haben aber auch schon andere vor ihnen behauptet.